1. Das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nie betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Apollo-Varité in Düsseldorf ist für mich eine wichtige Ergänzung zum Zirkus, weil im Varité viele Dinge möglich sind, die im Zirkus nicht gehen. Und es hält einen auch frisch, weil man jedes Monat ein Programm wechseln muss, jedes Monat muss man sich was Neues einfallen lassen. Und jedes Monat heißt es wieder Vorhang auf, Bühne frei im Apollo, das ist schön. Apollo ist eine Freude, die man für sich oder andere auch kaufen kann oder mieten. Man kann hier vom Geburtstag bis zum Firmenjubiläum und von 2 bis 500 Sitzplätze sich leisten. Will mich schwer begleiten, tausend aus dem Saal, dem ruhig in der Seiten und freu dem Off-Pedal. Guten Abend, herzlich willkommen in Roncalli-Strapp-Conor-Varité. believes oder Sachverteäusche aus dem làn. Musik Also, Servus, bis auf ein Wiedersehen in Roncallis, Apollo Varitee und der Reich die Brücke. Cari spettatori, amici del Varieté, calorissimo pubblico, buonasera qui al Stellamato. In der ersten Partie des Programmes, kam direkt aus den Cairo, die famösische Molina von Sudan, eine Tanzatrice des Vente, accompagnata, wie immer, von unserer Orchestra Paolo Silvestri. Prego, Maestro. A lei. A lei. A lei. A lei. A lei. A lei. Untertitelung des ZDF, 2020